Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ähm, wie mache ich das in der Daily jeweils? Ich bin immer irritiert, wenn wir zum zweiten der Daily sitzen. Ich muss hier kurz reinhören. Ach so, genau. Einen wunderschönen guten Morgen, oder besser gesagt guten Abend. Und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 5. Juni 2023. Heute wie angekündigt zum zweiten Mal und dafür nicht allein. Ich sage herzlichen Gruß, oder was sage ich immer? Herzlichen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Mike. Ja, hallo Martin. Schön wieder zusammen zu sein mit dir. Es hat was Visionäres, es hat was Bambastisches, es hat was. Eine lange WWDC war hinter uns und deshalb sind wir hier zu zweit. Genau. Was wolltest du sagen? Nichts. Ich versuche mich heute ein bisschen zurückzuhalten. Ich neige immer dazu, in dieser kurzen Folge doch so viel zu erzählen. Wir geben einfach Vollgas. Wir müssen es auch, weil ja, das Ding von dieser Sonderepisode in der Daily ist ja kurz und knackig, aber dennoch gewisse Dinge mit reinzubekommen. Alles im Großen und Ganzen werden wir sehr wahrscheinlich Ende der Woche dann zu dritt belavern. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Ich auch. Dann wissen wir auch, ob der Mike schon bestellt hat. Gut, das wissen wir. Ist ja bestellt ab heute, oder? Genau, das spoilern wir jetzt nicht. Das machen wir dann. Lange Folge. Ja, was heisst nicht spoilern? Wir haben gleich damit begonnen. Ja, oder vielleicht, ich muss noch vorab schicken. Erzählen Sie ganz kurz, mit was hat es begonnen? Begonnen hat es, ja gut, die ganze Folge wollte ich schon gerade sagen, die ganze Präsentation wieder per Video. Viel zu sehen war immer mit Quellcode auf Displays und jetzt eine Seifenblase, wo der eine junge Herr hinterher gelaufen ist und nachher eingefangen hat. Also ich finde es, das Präsentieren ganz gut. Ach, das ist ein Referenzvideo. Ja. Ja. Ja, das war toll. Ich habe heute kurz vor der Sendung eine Mail von einem, ich sage jetzt einfach mal, Computerhersteller bekommen, der mich angeschrieben hat, dass sie gemerkt haben, dass sie einen Bug im Newsletter hatten und mich nicht über das neue, ich sage es jetzt ganz einfach, um es nicht zu spoilern, 3D-Produkt informiert haben. Und da ja heute WWDC sei, wäre es ganz toll, wenn ich doch ihre News irgendwie verarbeiten könnte. Und ich dachte einfach, wir leben im 2023 und man hat es immer noch nicht gelernt. An einem Tag von einem Apple-Event muss man keine Neuigkeiten verschicken. Die gehen sowas von unter. Ja, entweder machen wir es schlauer deutlich vorher oder deutlich hinterher. Also das, ja. Das Peinlichste war, ich wusste ja nicht, was an der Keynote kommt, wie so ziemlich die meisten von euch. Ich habe mir ganz kurz angeschaut, was die da gezeigt haben. Und ja, die werden sich jetzt auch denken, Mist, warum habe ich das verschickt? Das ist so ein bisschen, ja, vor zehn Jahren hätte ich es auch so gemacht. Aber lasst mir das. Gehen wir zu WWDC über. Ihr dürft ja, liebe Hörenden, irgendwie über die ganzen bekannten Quellen rausfinden, versuchen, welcher Hersteller das das war, der mich da angeschrieben hat. Genau, was kam als erstes? Wir gehen gleich zu den. Ja, sofort wurde Hardware-Prinzip vorgestellt, so wie schon erwartet und vermutet. Zuerst das MacBook Air mit 15 Zoll. Ich kann jetzt nichts drüber erzählen, was da jetzt mehr ist als beim 13 Zoller. Es ist einfach nur ein größeres Display in meinen Augen. Ich konnte also keine andere Sache da erkennen. Es hat, ist nur 11,6 irgendwas, äh, 11, irgendwas Millimeter dünn. Das ist andere auch, nehme ich an. 11,5, das weiß ich jetzt so nicht, aber ich gehe davon aus. 1,5 Kilo, gut, natürlich schwerer als das kleinere. Ähm, 5 Millimeter Ränder. Ich habe das jetzt nicht genau verglichen, aber für mich klingt es wirklich, das ist lediglich ein neueres, also ein größeres Display. Aber das, das war ja schon zu gut. Helleres Display, zu einem Viertelprozent, 50 Prozent mehr Akku und 40 Prozent dünner. Aber gewisse Werte wurden mit dem Intel-basierten MacBook Air verglichen. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach. Also, auch das Display ist jetzt nicht heller, als das beim 13 Zoller ist, glaube ich. Das ist 500 Nits, das ist beim 13 Zoller auch. Ist es es auch? Na, ja, auf jeden Fall ein schönes, großes, neues, wer es mag. Ähm, hallo. Ja, also ich glaube einfach, also jetzt für mich, für mich ist es zwar auch spannend, aber dadurch, dass nur das Display größer geworden ist, ist es schon wieder unspannend. Aber für Leute, die noch nicht... Du hast ja das M, das M1, ähm, R, ist das richtig? Das MacBook Air 3 Zoll mit M2, genau. Ah, schön. Aber wie gesagt, für Leute, die noch jetzt ein älteres Gerät in Anführungsstrichen haben, 15 Zoll wollten, kriegen dann ein vernünftiges, solides Gerät für einen, ja, guten Preis. Ja, 13 Zoll Modelle sind ja ab 1.199, zumindest Schweizer Franken, verfügbar. Das neue 15 Zoll Modell startet bei 13,99. Ah. Sofort bestellbar und ab 13. Juni lieferbar. Nächste Woche wird es ausgeliefert. Na dann, ab in die Bestellküche. Okay, ähm, genau. Und dann ging es über zu einem nicht so altbekannten, also eigentlich erst in der ersten Generation oder jetzt in der zweiten Generation, das Mac Studio. Auch genau, auch das war ja in den Gerichten ja schon zu hören, dass dort jetzt neue Prozessoren reinkommen, beziehungsweise der M2 Ultra ist auch komplett neu drin, beziehungsweise M2 Max, M2 Ultra und auch dort Arbeitsspeicher möglich bis 192 Gigabyte. Ja, ein paar Optimierungen, was HDMI angeht, bis zu 8K und man kann 6 Pro XDA Display, ne, Pro Display XDA anschließen. Ja. Auch ein solides Update, ähm, auch sofort bestellbar und genauso nächste Woche lieferbar. Und dann kam das Ding, was sie viele schon im letzten Jahr erwartet haben, weil auch irgendwie, ich glaube, irgendwie angekündigt für letztes Jahr noch, oder? Ich glaube, letzt, ich weiß nicht, aber da kam ja nur so ein Spruch, das ist ein Thema für einen anderen Tag, äh, der Tag hat lange auf sich warten lassen, heute war dieser Tag und, äh, ich glaube, wenn das heute nicht gekommen wäre, hätten einige auch schon das Ding abgeschrieben. Aber genau, er ist jetzt da. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ja zugeben, aber das sollten wir dann nochmal Erklär. Ja, also, das sind ja zwei Produkte. Also, vielleicht zuallererst, um was geht es? Um was geht es? Und zwar Max Studio und Max Pro. Also, letztendlich überrascht mich das, dass die beiden Geräte doch noch beide auf Markt kommen und geupdatet werden, finde ich gut. Aber das überrascht mich doch ein bisschen, weil der Max Studio ist ja schon sehr performant. Max Pro hat jetzt ein paar Vorteile mit den Karten, die man dann auch reinstecken kann. Ja, aber ich wollte, ja, beide sind ja auch basierend auf dem M2 Ultra. Ja. Also, vom Prozessor her gleich, aber natürlich beim Mac Pro, das ist schon eine ganz, ganz andere Geschichte mit den sieben Afterburn-Karten. Das sind ja so PCI-Express-Karten, die du da mit reinschliessen kannst. Sechs Thunderbolt-Anschlüssen und es ist einfach ein Monster. Acht Thunderbolt. Acht? Oh. Acht, dann habe ich falsch gezählt, ja. Gut, das ging ein bisschen schnell. Schöne Stokade wäre, also das definitiv. Und so ein richtiges Pro-Gerät wahrscheinlich. Ja, ja, definitiv. Aber, ja, ich, also ich, nein, ich bin froh, dass beide Geräte geupdatet wurden. Manche hatten ja auch schon vermutet, dass das Mac Studio, dass das wieder eingestellt wird, dass es nur so ein Übergangsgerät war. Dass es wegstirbt wegen des Großen. Aber wurde ja jetzt heute bestätigt und, ja, finde ich, denke ich mal, jedes Gerät findet seine Abnehmer. Mac Studio ist halt noch ein bisschen günstiger. Ich freue mich schon auf die Tweets, wie teuer das Teil ist. Und da nimmt man natürlich nicht das Einstiegsmodell oder ein vernünftiges, sondern nehmen alle wieder das absolut Teuerste. Geben wir wahrscheinlich schon über die 100.000. Das ist ja immer wieder diese Thematik. Da lachen ja die Leute, die es richtig nutzen, lachen darüber und sagen, das habe ich in ein paar Wochen, habe ich das raus, das Ding. Und ich brauche es auch, genau. Und spannend ist, das gibt es in der Desktop-Version, also hochkant, aber auch quer, also Rackmount für Server Racks. Aber war das nicht auch schon mal so? Da wird es dann spannend. Es gab früher Server Racks, aber das waren Mac Server Produkte. Also es war ein Server, nicht Computer. War das nicht schon bei der Karel-Reibe? Nee. Ah, oh, warte, doch, stimmt. Gab es das? Also es war nie ein Produkt, was mich wirklich interessiert hat, aber ich meine, dass es auch schon mit dieser Karel-Reibe gab. Das müssen wir nochmal gucken. Da bin ich echt nicht ganz sicher. Aber das schauen wir uns am Freitag an. Ich glaube, wir gehen weiter. Dann kam, war Ende Hardware? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Anfang Software. Es ging, ja, 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 logisch. iOS 17. Was gefällt dir da am besten? Also schwierig, ein Highlight rauszupicken. Es war wieder so dieses Gesamtkontakt. Ja, dann zählen wir aus. Ja. Ja, also das, ja, AirTags, fand ich spannend, dass man die jetzt teilen kann. Das war ein interessantes Feature. Dann natürlich im Mittelpunkt, gerade das wurde ja auch am Anfang präsentiert, ist diese Kommunikations-Apps wie Telefon, FaceTime und iMessage, was sich da getan hat, fand ich auch... Oh ja, endlich die grossen, schönen Kontaktposter, so haben sie sie genannt. Ja, genau. Dann diese Live-Voicemail, fand ich auch sehr spannend, wurde Transcription, also Live-Transcription. Bitte startet auch gleich auf Deutsch, ja. Ja, das ist, also kann ich auch während der Besprechung abrufen und wird mir einfach der Text angezeigt. Also habe ich richtig verstanden, wenn sich jemand anruft und auf einem Anrufbeantworter landet und da was draufquatscht, sehe ich, was er draufquatscht und kann dann immer noch dazu joinen. Genau, also das ist das, wenn man in Besprechung ist, möchte eigentlich gerne abhören, kann es natürlich nicht und dann kriegst du einfach den Text da auf dem Display angezeigt. So habe ich das verstanden. Das ist natürlich schon spannend. Ja. Audio-Messages werden transkribiert. Endlich, all die Menschen, die ich so liebe, die mich immer wieder mit Audio-Messages, Grüße nach Österreich und viele andere Horten auch, die mir solche schicken. Ich freue mich ja immer so drüber, unironisch, aber dennoch, endlich wird das transkribiert. Ich hoffe, das kommt bald auf Deutsch auch. Ja, dann so einige Verbesserungen, was Airdrop angebt, gibt es auch Name-Drop. Heißt also, ich kann meinen Kontakte austauschen. Was? Ja, also Name-Dropping ist einfach so ein Name, der für mich irgendwie anders belegt ist, aber die Funktion ist genial. Wir halten unsere beide iPhones zusammen und dann tauschen sich die Kontakte aus. Ja, und Airdrop generell aufgebohrt. Genau, richtig. Also man kann auch Daten jetzt austauschen und so direkt nebeneinander halten. Ich glaube, das ersetzt das, dass ich für jeden Daten austauschen kann. Das haben sie ja irgendwann mit iOS 16, ich glaube iOS 16 haben die das ja so eingestellt, dass man für alle halt nur 10 Minuten lang freigeben kann. Hashtag wegen China. Ja, finde ich natürlich teilweise lässig persönlich und damit, glaube ich, umgehe ich das jetzt in Anführungsstriche, dass ich einfach die Geräte auch nebeneinander halte und dann kann ich sie wieder austauschen, ohne dass ich vorher diese Einstellung tätigen muss. Mhm. Und dann kam SharePlay. Die Geschichte ist erweitert und die Diktierungsfunktion verbessert, aber was mir ganz gut gefallen hat, ist die neuere, intelligentere Tastatur, die on-device läuft, die mir hilft, mich bei Typos zu verbessern. Und Apple Journal. Wirst du bald auch Tagebücher schreiben? Das stimmt nicht, aber natürlich werde ich es ausprobieren, weil ich das sehr spannend finde, was auch da die KI macht und mir vorschlägt, was ich doch an diesem Tag alles so berichten sollte. Also, das Coole ist ja, es zeigt dir auf, diese Musik hast du heute gehört, diese, ja, da warst du und diese Fotos hast du gemacht, willst du das verwenden und dann kannst du es gleich mit einbinden. Das ist schon sehr, sehr sexy. Ja. Und das würde ich ungern von einer Drittanbieter-App haben, die da meine Daten oder Zugriff auf meine Daten bekommt, dann schon lieber direkt von Apple. Was meintest du mit, stimmt nicht? Meine Aussage, ob du jetzt, also die Frage, ob du jetzt Dingsbums schreibst, Tagebuch oder? Tagebuch, genau. Achso. Ja. Würdest du nicht tun? Nö. Ha. Stand by. Stand by, auch sehr spannend. Mein neuer Radio-Wecker. Oder. Oder auch im Büro oder in der Küche, wo auch immer. Vertikal hinlegen, braucht fast keinen Strom und dennoch bekommst du Informationen. Kannst Smart Home steuern, Kalenderintegration und so weiter und so fort. Klingt spannend. Eigentlich das Gleiche, was wir schon bei der Apple Watch hatten, oder? Ja. Wenn man sie auf die Ladestation setzt. Ja gut, aber nicht jeder hat unbedingt einen Apple Watch und da ist es noch ein bisschen größer, finde ich, macht schon was her mit diesem Stand dabei. Ich bin gespannt, ob Belkin da irgendwie sowas nachher präsentiert. Garantiert. Das Teil war wahrscheinlich von Belkin, was wir da gesehen haben. Ja, was hatten wir da noch? Ich freue mich auf den Sommer, aber jetzt kann ich ganz viele Early Adopters nerven und Menschen, die Betas installieren. Ich kann einfach was, einen Befehl mit Siri in den Raum schmeißen. Alle anderen Geräte gehen nicht an und die Beta-Jungs und Mädels, die leiden. Ich freue mich so. Eins der Gerüchte, was in den letzten Tagen noch aufkam, dass das Hey eben wegfällt, kam jetzt, was ich auch noch gut fand, Offline-Maps, also dass ich jetzt auch Kartenaufgaben für Offline zur Verfügung stellen kann. So hat das ja Google Maps ja auch schon. Ja, aber Google Maps kannst du dir Offline runterladen, wenn du navigieren willst, will sie doch wieder online. Da ist die große Hoffnung, dass es gleich ist wie bei der Here-Maps und bei, ach wie heisst die, die ich sonst noch nutze bei der anderen, wo du dann auch Offline navigieren kannst. Also sagen, ich bin jetzt hier und muss zum Doktor und es tut dennoch, ohne dass ich Online-Verbindung brauche. Das ist die große Hoffnung, dass Apple das richtig herum setzt. Ja, machen auch immer alles besser als die anderen, wenn sie es dann irgendwann machen. Und dann kam iPadOS, oder habe ich was verpasst? Ja, also noch zu sagen, für welche Geräte, also alle, die iPhone 10 bzw. 8 und älter haben, fallen raus. Ja, gut. Also nicht gut, aber irgendwo muss die Grenze gezogen werden. Diverse Leute, die ein iPhone 10 haben, die sind dann halt jetzt ab September eben raus aus dem Zyklus. Ja, irgendwann ist Schluss damit. Genau. Dann bei iPadOS 17 haben sie nochmals kurz auf Final Cut Pro und Logic Pro hingewiesen, die ja neu fürs iPad gekommen sind. Und dann kam der personalisierte Logscreen. Das, was wir letztes Jahr fürs iPhone bekommen haben, kommt jetzt auch fürs iPad. Genau, also das haben sie jetzt nachgezogen. Einiges, was neu mit iOS 16 kam. Die Live-Activities, Logscreen, Widgets, also ein Kram, ja. Smart Home, nee, stimmt, dann die Widgets im Homescreen drin. Genau, wichtig dazu zu sagen, also es ist nicht die App, sondern man kann direkt da steuern. Keine Ahnung, irgendwie To-Do-Liste oder sonstiges kann man da abklicken, wo ich schon gerade würde sagen, als erledigt markieren. Das muss man nicht... Smart Home steuern. Genau, muss man nicht exakt die App öffnen dafür. Ja, das ist schon noch witzig. Ja und, ganz geil, ich weiß nicht, kommt das nur auf dem iPad oder auch auf dem iPhone? Multiple Timer, yes! Endlich, auf dem HomePod geht das ja schon, jetzt auch auf dem iPad. Auf dem iPhone geht das, nee, da geht es nicht. Ich will das auch auf dem iPhone, Mist. Ja und die Health-App kommt endlich aufs iPad, da freue ich mich extrem drauf, weil mit der habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr arg auseinandergesetzt, aus Gründen, ich werde da mal in der Geek-Talk-Episode mehr darüber erzählen und die endlich auf groß, da freue ich mich extrem. Ja, das ist auch sehr gut. Ja, dann noch PDF, weitere PDF-Funktionen, ganz praktische, die dann auch in Notizen-App vernünftig genutzt werden können. Und mit mehreren gleichzeitig an sowas arbeiten, Live-Anzeige etc., das ist schon sehr sexy, das müssen wir mal ausprobieren. Funktioniert das länderübergreifend oder ist das wie ein Share-Play? War das Freeform oder, nee, Share-Play war das. Nee, nicht Freeform. Freeform hat ja funktioniert, nee, ich meinte Videozuschauen zusammen über die Ländergrenze. Share-Play, genau. Ja, PDF, da werden dann eben Felder identifiziert und man kann das Formular dann eben ausfüllen. Da bin ich auch sehr gespannt. Nichts, was mit anderen Apps nicht machbar wäre, aber jetzt halt ins System integriert und das ist schon sehr sexy, wie ich finde. Was haben wir noch? Ja, neue Tools in Freeform. MacOS. Ah, sorry. Ja, ich habe nichts mehr drauf. Ich habe dann Sonoma, 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 MacOS Sonoma. Nee, wir haben ja noch, Stage-Manager wurde noch optimiert. Ja, diverse iOS 17 Features. Ach, das habe ich verpasst. Was war da noch? Stage-Manager wurde optimiert. Also mehr Flexi-Höhe-Layouts. Ach so, und externe Kamera. Wurde auch, also ist jetzt dann auch möglich. Für Videokonferenzen oder was? Ja. Na dann, ich bin gespannt, ich bin gespannt. MacOS Sonoma, darf ich jetzt switchen oder immer noch zufrieden? Ja, natürlich. Ungerne. Na dann, erzähl mal. Ja, viel hat man da ja nicht erwartet. Es kamen auch so gut wie keine Gerüchte raus. Kommen wir mal vielleicht zum Safari. Safari hat neue Features bekommen. Ich habe gerade schon bei Twitter geschrieben, erinnert mich so ein bisschen an ein paar Features von Microsoft Edge. Das habe ich, das dachte ich, als es vorgestellt wurde mit den Apps, dachte ich gleich an dich und dein TikTok-Video, was du mir mal gemacht hast. Genau, also einmal Profile, die ich da errechnen kann, was ich immer ganz gut finde, wenn man so verschiedene Profile halt hat. Oder ich nutze es in Edge eben für meine Microsoft-Tenant-Accounts. Das ist da halt jetzt möglich. Dann Web-Apps, hast du ja gerade darauf angespielt, dass ich jetzt auch endlich Web-Apps installieren kann. kam mir sehr bekannt vor, aber jetzt endlich auch in Safari. Ich habe getwittert, jetzt muss ich doch wieder zurück nach Safari. Ja, was ich auch noch spannend fand, das hast du, glaube ich, auch angeschrieben, Profile, das gibt es ja im Edge auch schon, endlich auch Profile für Macs, die von mehreren Personen halt im gleichen Profil genutzt werden, sicherlich auch nicht verkehrt. Genau, aber bevor es zum Safari kam, waren ja die, haben sie gesagt, dass viele Funktionen, die man für iPadOS und iOS gesehen hat, auch aufs macOS kommen. Unter anderem auch jetzt Widgets sich auf dem Mac verteilen lassen, also nicht nur rechts in der Leiste drin. Man kann Apps, genau, Widgets, die du nutzen möchtest, musst du auf dem Mac nicht installiert haben. Wenn du die App auf dem iPhone drauf hast, wird automatisch das Widget auch dir auf dem Mac angezeigt. Das finde ich ganz sexy, die Zusammenspielung da. Und dann haben sie ein paar Dinge gezeigt zum Gaming, was sich da geändert hat mit dem Silicon, blablabla. Auch da können wir ein bisschen intensiver sonst mal drauf eingehen. Audio fand ich spannend. Also ne, Videoconferencing, das fand ich noch witzig. Dass Personen über eine Präsentation gelegt werden können. Also dass du da nichts unten rechts als kleines Bild bist, sondern in die Präsentation reinkommst und so. Und dass die ganzen Funktionen, die sie gezeigt haben, nicht nur mit den Apple eigenen Apps funktionieren, sondern auch mit WebEx, mit FaceTime, Teams und noch irgendwas war dabei. Zoom. Zoom, ja, genau, logisch. Genau, das finde ich eben spannend, dass sie es direkt von Anfang an gleich geöffnet haben. Was sie auch gelöst haben, da bist du ja gerade so ein bisschen schnell drüber weggegangen, bei den Widgets, dass die noch so durchscheinen. Also wenn du jetzt Mail, also die Mail-App öffnest, dass die Widgets, die im Hintergrund sind, so ein bisschen durchscheinen. Das haben sie sehr elegant gelöst. Ja, das hat einfach so typisch Apple-mäßig richtig geil ausschauen halt auch noch zu allem anderen. Ja, dann was mich, ja, weil das begeistert hat, Shared Passwörter, also das heißt, ich kann meine Passwörter jetzt auch mit, meinetwegen mit der Familie oder so teilen. Also die Passkeys, nicht die Passwörter. Also ich habe hier Passwörter stehen. Ich habe Passkeys stehen. Ist wieder mal so eine... Nimmst du die Apple-Folie, da steht Shared Passwords drauf. Passkey-Integration und einfaches Teil ist eine Form. Letztendlich, Passkey ist ja der Schlüsselbund, also Passkey ist das Schlüsselteil, also das Passwort selber, die eine Seite von den beiden. Aber ja, man kann was teilen, einfach. Passwörter kann man teilen, so steht es auf der Apple-Folie, die haben recht. Aber ja, genau wie du schon sagst, man muss natürlich jetzt mal gucken, was die Woche noch kommt und man muss sich das... Da kam ja wirklich gerade alles Mögliche und kommt da auch nicht so ganz schnell mit, ne. Aber... Dann ging es ja zu Audio und Home. Ja. Da bin ich sehr gespannt, bei den AirPods, die bessere und mehr... Wie heisst das? Adaptive Audio. Genau. Die wichtigen Dinge fallen weg und das, was stört, geht weg und die wichtigen Dinge kommen dennoch raus. Also raus, sodass du quasi... Also das ist ja das, was schon bei den AirPods Max geht, ne. Ja, genau. Und ein bisschen zu Airplay. Da freue ich mich ganz geil auf Airplay in Hotels. Endlich. Gut, ich schaue nie Fernsehen im Hotel, aber würde ich es tun, fände ich es extrem geil. Ja. Ja, fasziniert hat mich FaceTiming, also auf dem Apple TV. Genau, da kommen wir zu TVOS. Ja, aber da fällt ja in den Bereich Audio und Home. Das hat mich wirklich fasziniert. Das hätte ich eigentlich schon vor zwei, drei Jahren gerne gehabt, zu dieser wilden Corona-Zeit, wo man doch vielleicht da regelmäßig mit der Familie kommuniziert hat. Und ja, super, dass das jetzt kommt. Definitiv, da bin ich auch sehr erfreut. Und dann die neue Navigationsmöglichkeit, also oben rechts das Profil, war ja vorher schon so, aber jetzt auch noch mit irgendwie Anbindung an die Kopfhörer und so weiter. Es schaut sehr, sehr stimmig aus. Ja, also da haben wir auch nicht viel erwartet. Und Zoom und Webex, eigentlich gar nicht viel, ja. Und eben Zoom und Webex kommen auf Ende des Jahres auch auf die Apple TV, also nicht nur FaceTime-Call, also Konferenz-Call mit FaceTime. Da habe ich Teams vermisst. Oben war es dabei, hier nicht. Ja, ich gucke gerade. Also ich meine, dass auch Teams kommen soll. Hast du alle Folien ausgedruckt? Kannst du kurz nachblättern? Das steht nicht. Es stand wirklich Zoom und Webex, end of the year. Aber ja, auch das, wie gesagt, am Freitag, wir liefern nach. Wir gehen weiter, Mike, wir sind schon. Genau. Nehme ich überhaupt nach. Ja, du hast recht, du hast recht. Teams war nicht dabei, ja. Da war es nicht dabei, oder? Da muss man aber noch erwähnen, in dieser Rubrik Audio und Tome, Shareplay im Auto, Carplay. Weißt du also, mein Sohn hat irgendwie was, was er gerade hören möchte oder uns zeigen möchte, während ich Auto fahre, kann er ja auch seine Musik eben teilen und dann eben abspielen lassen. Juppie. Ich weiss noch nicht, ob ich es gut finde, mal gucken. Eben deshalb, juppie. Wenn du vorne als Fahrer den Knopf hast für, da kommst du nicht rein, dann passt alles. Ja, ja, genau. Dann ist es okay. Wird es gefährlich. Ja. Na dann, Watch OS X, auf das freue ich mich extrem. Das hat sehr, sehr sexy ausgeschaut. Die neue Navigation, wieder mit der Krone. Gefällt mir sehr gut und halt einfach die Optik, finde ich, sehr gelungen. Ja, ja, also waren einige Dinge dabei. Ich weiss ja, was dich fasziniert hat. Snoopy und Woodstock als Ziffernblatt. Ach, das kann, Woodstock habe ich komplett verpasst, aber Snoopy, wenn er das zusammengeknügelte Papier hochschmeißt und es auf den Zeigern rumhüpft, finde ich so geil. I need Snoopy. Ja, ansonsten, was war Woodstock? Was war das? Was habe ich da verpasst? Dieser gelbe Vogel. Ach so, der gehört ja zu Snoopy. Genau. Glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Ah, ja, natürlich, ja. Interessant war, also die haben ja verschiedene Funktionen auch fürs Fahrradfahren, für Tennis und Wandern und so gebracht. Was ich da beim Cycling, also beim Fahrradfahren noch ganz spannend finden könnte, dass man sich mit Fahrradsensoren verbinden kann per Bluetooth. Solche, die Bluetooth können, wenn man ins Fitnesscenter geht, ist das das, was du meinte? Nein. Oder auch E-Bike-mäßig? Es gibt direkt fürs Fahrrad so Sensoren, die man sich irgendwo dran tackert, am Rad unten, glaube ich. Mir ist es nicht ganz sicher. Und dann kann man sich halt darüber verbinden. Ja, das ist natürlich spannend, wenn das da ein Standard ist. Ja. Ja. Klingt spannend. Da dürfen wir uns freuen. Aber da beschäftigen wir uns dann weiter. Ja, ich habe das letztens im Fahrradladen gesehen. Da hatten die nicht auch ein Telefon liegen mit einer App drauf und auch so einen Bluetooth-Konnektor. Und ja, jetzt braucht man halt keine extra App mehr dafür, sondern kann eben seine Apple Watch daneben nutzen. Super. Na dann, was hatten wir noch? One more thing. Dann kam es endlich. Irgendwie dachten alle so, wow, jetzt schon zwei Stunden, nee, eine Stunde und irgendwas. Gefühlt hat sich es wie nach zwei Stunden. Und dann kam es. Endlich wieder mal bei Apple. One more thing. Boah, du hast schon wieder angesprochen. Was ist passiert? Okay. Was habe ich schon übersprungen? Nee, ich hätte mir noch so zwei Punkte aufgeschrieben, die ich auch interessiert habe. Ich weiß gar nicht, in welcher Rubrik die genau waren. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, sorry, kurz Mike, wir hatten zwar ein gemeinsames Dokument angelegt, aber ich habe bei mir ins Blog reingeschrieben und nicht ins Dokument, also teilweise nur ins Dokument. Und deshalb, aber ich sehe nichts. Was hast du da noch? Es ist schlimm, ich hatte es ja auch auf der Zelle geschrieben. Und zwar auch, ich weiß wie gesagt nicht, in welcher Rubrik es um Umgebungslicht, das gemessen wird. Und da kann ich sehen, wie lange ich draußen war. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig. Oder was, wie? Also die Uhr kann? Ja, er kennt das Umgebungslicht, dass ich draußen war. Und dann kann ich das in der Headsep oder so ablesen. Keine Ahnung, du warst heute acht Stunden draußen oder so. Ah Mist, Mike, das Feature will ich nicht. Das finde ich sehr deprimierend für dich wahrscheinlich. Kann man sich umkehren? Du warst so viele Stunden im Büro. Das wäre doch viel, viel besser. Positiv umformuliert. Noch so eine andere Funktion. Wie oft sieht man Kinder, die ihr Handy oder iPad direkt vor der Nase halten? Es gibt ja auch so eine Funktion Screen Distance. Es wird dann so gemessen, ob dein Kind zu nah am Display war oder nicht. Genau, das gibt es aber schon. Und da wird jetzt ein bisschen mehr gemessen. Oder was war das? Ich kannte es gar nicht. Ich fand das interessant. Also irgendwie haben sie schon mal darüber was gesagt. War das ein anderer Hersteller? Jetzt habe ich durch den anderen. Ich würde sagen, hast du noch was? Nein. Es kommt ja nicht zu. Ja, Public Beta, das gibt es ab Juli. Ach, sind doch kein Schwein. Ich erinnere dich da dran. Ja, ich dich auch. Komm, erzähl über dein One More Thing. Machen wir doch. Es gab den Elefanten im Raum. Und der Name, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja selten bis gar nie mit Gerüchten. Also wirklich ganz, ganz selten bis gar nie. Ich war überrascht über den Namen. Vision Pro. War der in den... Ich glaube, du warst da ganz alleine, nein, nicht ganz alleine mit der Überraschung. Ich habe den Namen auch vorher nicht gehört. Also als Betriebssystem war ja immer dieses XROS, was ja so rumzaufte. Also Namen für die Brille gab es glaube ich nicht so. Aber Vision Pro kam wirklich gefühlt nirgendwo vor. Eben, es gab, hat niemand irgendwas von Namen von der Brille erzählt? Oder eben, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht damit, deshalb ist es mir noch nicht aufgefallen. Vision Pro, finde ich einen guten Namen. Ja, ungewöhnlich. Also ich würde nicht sagen langweilig, aber unspektakulär finde ich das irgendwie. Weiß ich nicht. Für das, dass es ein One More Thing ist, von dem Apple schon so lange arbeitet. Aber schön, Vision Pro. Ich muss gleich mal googeln. Gibt es schon was mit Vision Pro? Das haben die wahrscheinlich schon gemacht. Hoffentlich, weil sonst wäre es peinlich. Wie beim iPhone in... Wo war das irgendwo in Südamerika? Es gibt Vision Pro Software, aber ohne Abstand geschrieben. Ja, lassen wir das jetzt. Mike, was hältst du davon? Was kann man damit machen? Warum will man sich das kaufen? Ja, schwierige Frage. Also ich hatte vorher mit einem Bekannten von uns, gemeinsam Bekannten von uns, eine Diskussion... Wir haben gemeinsame Bekannte. Du weißt glaube ich, wen ich meine vielleicht, ob wir uns das kaufen sollen oder nicht und was so die Schmerzgrenze wäre. Und ich so, was soll ich denn mit so einem Kram? Also ich kann mir kein Szenario vorstellen. Inzwischen bin ich eigentlich ziemlich begeistert, weil die Brille doch sehr schick ist und könnte mir doch vorstellen, das Gerät zu kaufen. Aber letztendlich ist es nur so, ja cool, mal auszuprobieren, so für ein paar Tage ist das spannend. Aber muss man das Geld ausgeben, also ich kann mir das halt nicht im täglichen Betrieb vorstellen, für mich persönlich. Und jetzt komme ich schon zur Akkulaufzeit. Zwei Stunden. Also die taten ja so, als könnte ich da den ganzen Tag mit rumrennen und tolle Dinge tun. Aber mit zwei Stunden Akkulaufzeit ist man doch sehr eingeschränkt. Da kriege ich ja noch nicht mal richtig guten Kinofilmen, kann ich noch nicht mal zu Ende gucken. Aber Maik, du kannst dir einen zweiten und dritten Akku kaufen und den kurz switchen, das geht ja sicherlich. Das habe ich auch gedacht. Oder einfach eine bessere Powerbank dran katschen oder so, keine Ahnung. Nein, ich fand es aber… Das ist halt wieder das Problem mit dem nicht kompatiblen, standardmässigen… Also ich hätte ja lachen müssen, wenn sie da hätten einen USB-Port dran machen müssen, aber der EU kommt das sicherlich noch in den Sinn. Und die zweite Version dieser Brille kommt dann mit einem fetten USB-Port raus, was auf der Seite raussteht, so im rechten Winkel. Dankeschön EU für das, ihr… Ah, genau. Nein, Maik, sorry. Also definitiv hätte es einen bestimmten Preis gehabt oder würde es einen bestimmten Preis bekommen, würde ich es machen. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber es soll ja so, ich sag mal, man vermute, ich glaube 3500 US-Dollar soll es ja starten Anfang nächsten Jahres, erstmal in den USA meine ich, später dann auch in anderen Ländern. Aber auch das habe ich, also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt schon eine Version rausbringen, die jetzt in naher Zukunft bei uns erhältlich ist. Da ist doch noch zu viel Entwicklungspotenzial oder da muss doch deutlich ein bisschen was gemacht werden, um das ein bisschen interessanter zu machen. Aber ich fand es spannend auch, dass NBA spielt, also das ist schon mega. Oder einen Film zu gucken in dieser Größe, du kannst oder du kannst die Umgebung, du kannst so tun, als wärst du, würdest du im Wald sitzen und einen Film gucken. Also es macht schon neugierig. Es macht definitiv neugierig. Es ist eine neue Art und Weise, wie man mit Digitalem interagiert. Du kannst deine Umgebung mit Bildschirm vollklatschen, ohne dass du doofe Hardware kaufen musst und die irgendwo hinstellen musst, die du nicht gebrauchen kannst, wenn sie nicht laufen. Also das ist schon, ich glaube, das muss man mal ausprobieren. Ja, also ich finde, aber der Preis ist halt zum Ausprobieren. Ja, sorry, das ist ein erstes Produkt. Preis, vielleicht müssen wir kurz auflösen. US-Dollar 3,499. Ah, sorry, hab ich. Das hörst mir schon wieder nicht zu, ne? Ne, ich versuche fleissig mit meinem Hirn klar zu werden, mit dem geilen Teil. Ich finde es einfach, es ist wieder mal so richtig Technikporno, was Apple da gezeigt hat, mit den ganzen verbauten Sensoren und Kameras, die die alles tracken, aber nichts nach aussen geben und wenn eine Person in die Nähe kommt, wird das Display durchsichtig und oder zeigt das Bild der Augen an. Ich glaube, es wird durchsichtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder durchlässig. Und auch für dich, also du, auch wenn du, du kannst ja eben, du kannst irgendwas vor dich hin machen und das so gross machen und so klein machen, wie du möchtest, ein Fenster von einer App. Und zusätzlich kannst du hintendran entweder das haben, was du da hast, aber wenn das zu unruhig ist, wenn du nicht zu Hause bist, sondern irgendwie im Zug, kannst du da noch so rausfaden, also einen Hintergrund reinlegen. Und das sind schon so Dinge, die einfach total überlegt sind und die man, wenn man so überlegt, ähm, ja, wie das andere umgesetzt haben, siehe, ach, wie heissen die, die Oculus-Dinger und so weiter, das sind Kinderschuhe. Und Thema Preis, erinnere dich an Palmer, der gelacht hat über ein 500-Dollar-iPhone. Die zweite Version wird sicherlich deutlich günstiger sein und die dritte Version auch und dann wird es dann irgendwann zum Massenprodukt. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall wirklich spannend, wie du schon gesagt hast, gerade die Hardware, auch die Kameras, die deine Augen, äh, wo betrecken und genau messen, wo du hinguckst und alles. Äh, das Gerät wird ja mit Augen, Fingern und Stimme im Prinzip gesteuert, kann aber auch mit einem Magic-Keyboard und Magic-Maus gesteuert werden, damit kann ich dann also Eingaben machen oder einen Controller oder auch, was ich faszinierend fand, MacBook letztendlich, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hatten, kann ich das Display des MacBooks, äh, kann ich spiegeln, sodass, wenn ich ein kleines MacBook habe, das auf einen Riesenscreen im Prinzip kriege, dadurch, dass ich die Brille trage. Dann kommt endlich, ach, wie hieß das, ähm, Apple Remote wieder zurück? Ja. Das ist etwas, was ich heute noch vermisse, die einfache Möglichkeit von einem Mac auf den nächsten zuzugreifen und so. Es ist das Ökosystem wieder, ne? Das ist ja immer wieder die Vorteile des Ökosystems, das ist schon faszinierend. Ja, Prozessor M2 und parallel dazu noch ein R1-Chip, der ist so für diese ganzen, also der M2-Tracking-Geschichte. Genau, der M2 rechnet und der andere macht hier Tracking und beseitigt im Prinzip die Verzögerungen, die eventuell da sind. Sechs Mikrofone. Aber was auch sehr spannend war, war FaceTime, fand ich. Weil ich hab mir nur gedacht, als ich das bei der Videokonferenz gesehen habe, dachte, naja, das sieht ein bisschen bescheiden aus, wenn dich die anderen mit der Brille sehen. Das tut ja nachher mehr oder weniger aufgelöst, dass man vorher das Gesicht einscannen kann und letztendlich sehen dich die Leute nachher, als hättest du gar keine Brille auf. Mhm. Ja, und apropos Brille, ganz, ganz wichtig für Menschen wie ich, die Brillenträger sind, man kann sich von Zeiss, wahrscheinlich für teuer Geld, extra Brillen anfertigen lassen, die sich dann magnetisch da reinklipsen, tun, wie sagt man, reinklipsen und dann, ja. Und man wird wahrscheinlich bald schon nicht mehr Apple Watch Armbänder kaufen, sondern Bänder für die Apple, für das Vision Pro. Ich fand die Hardware hatte so eine Kombination zwischen Apple Watch, Airpods Pro, fand ich. Weißt du, dieser Bügel, den du eigentlich auf dem Kopf hast, hast du jetzt so hinter dem Kopf? Die Krone und so dann von der Apple Watch so ein bisschen, es war schon. Genau, die Krone zieht sich ein bisschen durch, die ist ja auch auf dem Airpod Max, genau, unter der Apple Watch. Also ich fand die eigentlich ganz schicker, so muss ich sagen. Also ich habe mir die nicht so vorgestellt, die ganzen Bilder, die man vorher gesehen hat, sahen ja aus wie eine Taucherbrille. Ja. Das sah schon. Gut, jetzt schaut es halt mehr aus wie eine Skibrille. Sexy ist was anderes. Es ist wirklich technisch mit den Rundungen alles super schön gelöst, aber es ist natürlich nichts wie eine normale Brille, die du auf dem Kopf hast. Geht ja auch nicht für die ganze Technik, die da rein muss. Ja, also. Ja, sorry. Ja, genau. Also was noch zu sagen, es gibt noch einen App Store dafür, für die Brille. Logisch. Ja. Dann kommt noch Disney Plus drauf zum Start. Das war auch verwunderlich, dass da plötzlich Tim einen anderen begrüsst hat, der wieder zurückgekommen ist bei Disney, weil es nicht mehr lief und alles kaputt war. Bob Iger kam plötzlich auf die Bühne und hat gesagt, hallo, wir bei Disney finden das ganz toll und übrigens ab Start Tag 1 ist da auch dieses Disney Plus auf dem Teil drauf. Ja. Auch sehr praktisch. Ja. Also von dem her, Mike, für eine Daily, wir sprechen schon 41 Minuten. Das ist fast länger als gewesen ein Geek-Doc-News-Episod. Ich habe das gerade auch schon gesehen. Und dabei fühle ich mich noch nicht so, wie großartig was du erzählst, sondern. Ja, ich würde sagen, wir haben es ganz knapp so umrundet, was ihr alles verpasst habt, falls ihr die Keynote nicht geschaut habt. Und alles andere lassen wir uns jetzt ein bisschen verdauen und schauen, was die nächsten Tage noch so rauskommt. Weil wir wissen ja, heute gegen das amerikanische Abend sind da noch die ersten Talks und Runden mit gewissen Apple-Leuten. Und da kommen dann die kleinen, feinen Details noch raus. Ja, genau. Also das ist ja klar, Entwicklerkonferenzen und gerade in dem Bereich, also es kommen sowieso zu allen Betriebssystemen im Prinzip noch ganz viele Details raus. Aber gerade zu diesem Vision OS wird natürlich noch einiges mehr rauskommen. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, wir sind da wirklich so drüber gesprungen. Und so werden jetzt in den nächsten Tagen sicher einige Details zu diesem neuen Betriebssystem noch rauskommen. Na dann, Mike, ich bedanke mich vielmals. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? rund um die W-W-W-W-W-T-Z. W-W-T-Z. Nee, nichts, was ich hier äußern sollte. Also gut, ich bin schon gespannt auf das Nachgespräch. Dir darf ich das ja nicht sagen, was ich vielleicht tun möchte. Ich kann es ja nur ahnen, Mike. Du kaufst dir nächstens ein Battery-Pack. Ja, genau. Mit Anhang. Also im Januar nächsten Jahres meine ich. Ja, mal gucken. Ich spare schon mal. Mike, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und wir freuen uns vielleicht auf das eine oder andere Rückmeldungchen. Auf die eine oder andere Rückmeldung von euch, liebe Hörenden. Ansonsten hören wir im Zweierteam, vielleicht sogar Dreierteam, uns dann in der nächsten News-Episode wieder. Und ihr mich einsam hier in den nächsten Tagen. So wie es dann klappt zeitlich und alles drum und dran. Ja, euch einen schönen und erfolgreichen Starten-Tag oder Start in die Nacht. Wie auch immer, wenn ihr das hört. Tschüss. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Danke.